Andi und ich starten gemeinsam in Lissouche. An Tag 10 wird aber nur einer von uns beiden durch dieses Tor laufen und das ist unsere Geschichte. Na, hinter mir, in den Wolken, da unten ist der Mont Blanc. Wir laufen heute wieder hier ins Tal runter. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017